Norddeutscher Rundfunk 2021 Handball! Handball ist eigentlich mein Lieblingssport. Ich finde es toll, dass man übers Feld rennt und dann Tore erlauben kann. Und es macht mir halt Spaß. Hier kann man auch Spaß haben und mit Freunden spielen und andere treffen. Mal neue Freunde kennenlernen und es macht einfach Spaß. Ich wollte einfach Handball auf den Ferien spielen mit meinen Kumpels. Die Intersport Handballschule, das bedeutet Spaß, Action und abwechslungsreiches Training. Bei einem Verein in eurer Nähe organisiert Intersport ein Handballcamp, das genau auf euer Können und eure Wünsche ausgerichtet ist. Hier mitzumachen, dafür gibt es jede Menge gute Gründe. Weil es mir halt auch richtig Spaß macht, auch mit anderen zu spielen, nicht nur mit denen, die ich kenne. Und weil ich mich einfach noch besser machen will. Besser Handball spielen, das lernt man hier bestimmt. Die Trainingsprofis von Intersport stellen für euch ein spannendes Programm zusammen, das ihr so bestimmt noch nicht erlebt habt. Auch die Trainer aus eurem Verein sind mit dabei. Und das Ergebnis ist Handball total. Am Anfang habe ich gedacht, wer weiß, wie die Kinder hier so reagieren, vier Tage lang. Aber bisher haben die drei Tage lang volle Kerle mitgemacht, 100 Prozent dabei. Ich finde es richtig cool für die Kinder auch, aber auch für uns Betreuer, gerade für uns Trainer. Wenn man aktiv mit den Kindern in der Halle ist, zugange ist und auch die Erfolge sieht, die die Kinder feiern, weil sie sich weiterentwickeln. Das geben die Kinder einem zurück und es macht einfach Spaß. Diesen Spaß erlebt ihr in einem einzigartigen Training. Je nachdem, wie gut ihr jetzt schon seid, werden im Camp verschiedene Trainingsgruppen eingeteilt. Mit neuen Übungen und vielen Spielen könnt ihr und eure Freunde in kurzer Zeit ganz viel dazulernen. Hier lernt man auf jeden Fall mehr dazu. Die Trainer nehmen uns auf jeden Fall mehr Zeit für eine Person. Mir hat schon ziemlich viel gebracht. Ich werfe jetzt härter und ich bin dann auch ein bisschen besser im Tor. Dass ich meine Arm höher halten muss oder dass ich feste draufhauen soll oder so Sachen. Beim Werfen, da verdrehe ich immer mein Handgelenk. Da hat der Zuti mir gesagt, was ich da machen kann, damit ich das besser hinkriege. Der Fokus bei der Endersport Handballschule liegt auf der technischen Ausbildung der Kinder. Dazu natürlich noch mit Elementen wie dem Lied, dass die Trinkpause beendet, hey was geht ab. Dass es natürlich ein Teamgefühl stärkt, dass es ein Mannschaftssport ist, dass man nur gemeinsam Erfolg hat. Eine Meisterschaft gibt es im Handballcamp übrigens wirklich zu gewinnen. Aber wie das genau funktioniert, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden. Was ihr dafür tun müsst? Euren Verein und eure Eltern überzeugen, dass ihr bei der Intersport Handballschule mitmachen wollt. Und das schafft ihr bestimmt. Und die Eltern, die wir gefragt haben, fanden das Camp jedenfalls super. Also, dass die Kinder sehr viel Spaß haben, dass es sehr gut durchorganisiert ist. Super. Also ich finde es ganz toll organisiert. Sie war total happy und konnte es kaum erwarten, wieder herzukommen. Handball total im Intersport Camp. Das kann es bald auch schon in deiner Sporthalle geben. Mitmachen können alle Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Eigentlich müsst ihr jetzt nur noch bei der Intersport Handballschule anrufen und dann kann es losgehen. Also, alle Kinder Jobs investiert. Auch eine realizanzleiheise. Schöpfe date 000円. Vielen Dank.